Was muss eigentlich passieren, dass alle Aktien, Investmentfonds und ETFs nicht mehr funktionieren und dein Depot wertlos wird? Das erfährst du genau in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sandro, ich bin Buchautor und Gründer von Professor Money. Unser Ziel ist es, dich finanziell fit zu machen. Überschuldung, Börsencrash, Euro-Katastrophe oder Sonstiges. Was müsste denn eigentlich passieren, dass unser globales Wirtschafts- und Finanzsystem nicht mehr funktioniert und alle Anlageformen ohne Ausnahme wertlos würden? Ist das überhaupt möglich und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Darüber sprechen wir jetzt. Schauen wir uns Aktien einmal genauer an. Rund 90% aller Waren und Güter, die du täglich kaufst und Dienstleistungen, die du in Anspruch nimmst, werden letztlich von Aktiengesellschaften zur Verfügung gestellt. Der überwiegende Teil dieser Unternehmen machen aus den Umsätzen Gewinne und verdienen damit Geld. Von diesen Gewinnen profitieren die Besitzer dieser Unternehmen, sprich die Aktionäre. Jetzt, gerade in diesem Moment, verdienen die Unternehmen an dir Geld. Zum Beispiel Alphabet, der Besitzer von YouTube oder Facebook, denen Instagram gehört. Dein Mobilfunk- oder Stromanbieter. Und der Hersteller deines Gerätes, mit dem du dieses Video anschaust. Wenn du für 2 Euro eine Zahnpasta kaufst, beinhaltet diese in den meisten Fällen mindestens 1 Euro Gewinn, der in die Kasse des Unternehmens fließt und das Vermögen der Aktionäre mehrt. Der Weltmarktführer für Zahnpasta, Colgate Palmolive, verkauft rund 7 Milliarden Tuben jährlich. Mit deinem Kauf stellst du sicher, dass du auch nächste Woche oder nächsten Monat noch Zahnpasta bekommst. Außerdem werden in Deutschland 3 Milliarden Windeln verbraucht, jedes Jahr. Die Procter & Gamble Aktiengesellschaft mit ihrer Marke Pampos freut sich. Du benutzt jeden Tag ein Deo, vielleicht von Nivea, eine Marke der Beiersdorf Aktiengesellschaft. Benutz dein Smartphone, nutz dein Auto, trinkst dein Feierabendbier oder gehst ins Fitnessstudio. Freilich geht das ein oder andere Unternehmen pleite. Deswegen ist und bleibt eine Firma immer eine Spekulation, wie man am Beispiel von Wirecard im Jahr 2020 sehen konnte. Viele Unternehmen, global gestreut hingegen, sind eine Investition. Warum Investmentfonds oder ETFs sicher sind, erfährst du im Video, wie lege ich 5000 Euro an. Firmen verdienen mit jedem Tausch von Waren und Dienstleistungen an uns Geld. Jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde, ob du das willst oder nicht. Deshalb ist es nicht nur schlau, sondern auch sozial gerecht, dass wir als Konsumenten unser Geld nicht nur ausgeben, sondern gleichzeitig über die Gewinne der Unternehmen das Geld wieder in unsere Taschen zurückfließt. Solange wir weiterhin konsumieren und unser Nachbar das auch tut, können wir uns entspannt langfristig am Rad der Wirtschaft beteiligen, denn dieses dreht sich immer weiter, auch in Krisen. Und das ganz unabhängig von der Währung, mit der wir Güter und Dienstleistungen tauschen. Wir hatten im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege mit Millionen von Opfern, Hungersnöte, Pandemien und einem völlig zerstörten Europa. Es war entsetzlich und grausam. Dennoch hatten die politischen Regime nach Jahren des Leids ihr Ende gefunden und der Wiederaufbau begann. Aus brachialer Zerstörung entstanden Schaffenskraft und Wirtschaftswunder. Hyperinflation, Währungsreformen, Öl, Banken, Schulden und Wirtschaftskrisen haben uns heimgesucht. Dennoch ließen wir Menschen uns davon nicht beeindrucken und sind daraus stärker hervorgegangen als jemals zuvor. Bedauerlicherweise mit oftmals verheerenden menschlichen, ökologischen sowie wirtschaftlichen Schäden. Selbst Staatsbankrotte führen nicht zum Untergang der Menschheit. Wenn man lange in die Vergangenheit blickt, wird dies umso deutlicher. Mehr dazu erfährst du in unserem Video, was aus 1000 Dollar seit dem Jahr 1900 wurde. Zugegeben, wenn 100.000 Atombomben auf die Erde fallen, dann stehen wir im apokalyptischen Endstadium. Es gibt also genügend Argumente, warum der endgültige wirtschaftliche Untergang vor der Tür steht. Die Frage ist, wie hoch ist eine solche Wahrscheinlichkeit? Was muss also passieren, dass Aktien, Investmentfonds und ETFs nichts mehr wert sind? Genau eine einzige Sache kann passieren, wenn zeitgleich und dauerhaft keiner mehr auf der ganzen Welt konsumiert. Erst dann ist unsere Wirtschaft, unser Wohlstand, unsere Demokratie und letztlich der Frieden am Ende. Mal angenommen, die ganze Menschheit verzichtet ab sofort permanent auf ein warmes Bett unter einem Dach. Nahrung, Wasser, Kommunikation und Mobilität. Wir reisen nicht mehr mit dem Auto, der Bahn, dem Schiff und dem Flugzeug. Das Internet ist passé, das Telefonieren mit Freunden, das Wohnen in Immobilien, die Körperpflege, Lebensmittel aus dem Supermarkt sowieso. Auch der Gang zum Arzt, Bäcker oder Discounter ist hinfällig. Es gibt kein Zahlungsmittel mehr, denn es gibt nichts mehr, was wir davon kaufen könnten. Alle Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen unseres täglichen Gebrauchs herstellen, sind auf einen Schlag pleite und deren Aktien somit wertlos. Einhergehend sind auch Gold, Kryptowährungen, Immobilien und andere Sachwerte nichts mehr wert. Denn für was würden wir solche Werte noch benötigen? Sparbücher, Tages, Festgelder, Bausparverträge, Lebens- und Rentenversicherung sind in einer solchen Welt sowieso hinfällig und als erstes wertlos. Es wären sehr viele Schritte zurück in das Neandertal und das absolute Horrorszenario. Nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses düstere Szenario eintritt? Die Tendenz geht gegen Null. Egal was in der Zukunft passiert, ob Währungen kommen oder gehen, der Konsum bleibt und damit ist dein Geld bei entsprechender Streuung gesichert. Und falls wirklich der Euro die nächste Krise nicht überleben sollte, ist dein Geld in Sachwerten und im Sondervermögen maximal geschützt. Was genau Sondervermögen ist, erfährst du im Video, was passiert mit deinem Geld, wenn deine Bank pleite geht. Die Menschheit geht voran und das Wirtschaftsrad dreht sich immer weiter. Wir entwickeln uns ebenfalls weiter, da wir unseren Wohlstand und damit unsere Lebensqualität erhöhen wollen und einen Schöpferdrang in uns tragen. Auch wenn aktuell politische Entscheidungen nicht dazu beitragen. Im Augenblick wächst die globale Bevölkerung um rund 80 Millionen Menschen jedes Jahr. Es kommt also jedes Jahr die Bevölkerung der Bundesrepublik hinzu. Diese Menschen wollen wohnen, essen, Unterhaltung und vieles mehr. Aus diesem Bevölkerungswachstum von rund einem Prozent pro Jahr entsteht Wirtschaftswachstum, das sich wiederum im Gewinnwachstum der Unternehmen widerspiegelt. Übrigens, die Weltwirtschaft wächst im Schnitt mit rund drei Prozent pro Jahr. Das Gewinnwachstum der 1600 Unternehmen, der größten Unternehmen auf der ganzen Welt, bei rund fünf Prozent. Vor was sollten wir uns also fürchten? Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Weltwirtschaft weiterentwickelt, ist um ein Vielfaches höher, als dass sie untergeht. Selbst ohne Bevölkerungswachstum werden Gewinne erwirtschaftet, da ein großer Teil der Bevölkerung im Weltwirtschaftskreislauf noch gar nicht involviert ist. Wenn du diesen Gedanken konsequent durchdenkst, dann kannst du ganz entspannt in Fonds und ETFs investieren. Denke immer daran und handle schlau. Schreib mir einfach in die Kommentare, welche Eintrittswahrscheinlichkeit du persönlich siehst, dass alle realen Werte auf Null gehen. Das interessiert mich wirklich. Mach's gut und bleib entspannt. Das ist ein bisschen wie 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 ein bisschen wie